entschuldigen sie bitte da wollte was dann gehen wir noch mal wir müssen noch 100 meter headshots machen blöden wollte ich nicht grüße ich moin cheerio grüße ich auch moin staritech moinden ballast ist abgeworfen und damit auch die ballast stoffe aber guter moin käme ich grüße sie auch moin sind ich habe jetzt fünf stunden gespielt und nie länger als 30 und gelebt irgendwas mache ich falsch ja wahrscheinlich immer in den sportpunkt der anderen reinlaufen ohne das zu wissen thüringer jungen wahrscheinlich gehe ich mal von auge sowas in die richtung gut siehst du aus als ich doch gar nicht sehen aber danke ich habe mich auch sehr gut erholt gestern ich bin völlig tief entspannt glücklicherweise ich habe gestern nichts gemacht wirklich gar nichts außer mit der katze zum arzt einkaufen katze abholen na gut okay ich hab noch staub gesaugt hat zum klo ist gemacht und bisschen sauber gemacht aber nichts nichts und das tat mal sehr gut haben wir inselkind eigentlich jetzt den witz vorgelesen jetzt wie denn dann haben wir nämlich immer noch jura kitz offen da muss ich noch mal hallo blöde maus jetzt geht noch mal rüber sehr gut denkt an heute ist der stream dreigeteilt voraussichtlich also ich muss nachher noch mal kurz eine pause machen weil ich noch einen termin habe und danach komme ich wieder dann stehen wir ein bisschen bei alternate und dann heute abend noch mal bei mir ein bisschen also heute ist alles so ein bisschen aufgeteilt ich habe nämlich die woche über nicht bei alternatet gestreamt und jetzt würde ich gerne noch nachholen erzählt erst einer frau dass das nix ist einkaufen putzen und co für mich ist das nix so weit andere leute davon halten und wie andere leute das definieren keine ahnung für mich ist das nix machen wenn irgendwas nicht mit arbeit zu tun hat ist es nichts da hat jeder ja auch eine andere definition ich glaube ich bin mal risky oh oh Oh, shit. Da hat jemand eine ähnliche Idee. Oder der schon drüben. Hey, hör auf. Hey. Wurst du mit. Uff, die ganze Armour schon im Arsch. Da gab's auf jeden Fall schön einen mit 7n1. Mit der Mosin. Mosin at its best. Schön. Noch mit Fragmentierung und dem ganzen Scheiß. Ja moin. Prosit Mahlzeit. Dann gucken wir mal, dass wir hier wegkommen. Nämlich immer noch keine Ahnung wo er ist. Nur ne ungefähre Ahnung. Ja, ja, das war schön mit dem Mosin 7n1 oder sowas. Das hat da reingeballert. Die Zimmer. Also er hat schon gut einen ausgeteilt. Dankeschön. Äh. 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 wie gesagt. Wahrscheinlich Maunin 7n1 gegrittet und fragmentiert. Irgend sowas. Äh. Aber ist ja nix passiert glücklicherweise. deadhead moin wo in der mitte wird noch schön leise gesnipert die auch wiederholen wie ist das Party? Ich brauche CPUs, bitte. Prozessorin! Yes, nice, großartig, einen brauche ich noch, eine CPU noch, dann habe ich nämlich die eine Quest auch beendet. Irgendwas schießt in dem Mittel, so feucht-fröhlich, vor sich hin. Vielen Dank. Ich grüße dich, get on my level, ich grüße dich auch, moin, Daxa, moin. Und Willy, schönen guten Tag. Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist halt schon wieder so der etwas andere besondere Raid hier. Das ist halt schon wieder so der Raid hier. Das ist halt schon wieder so der Raid hier. Das ist halt schon wieder so der Raid hier. Das ist halt schon wieder so der Raid hier. 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 Twitch Prime is not a crime. Rumpelstolzchen, Dankeschön für dein Prime. Oh, das macht mich fertig. Ich weiß nicht, wo der ist. Holy shit, wir müssen uns mal heilen. Ne, bis jetzt hat Mozart da noch nichts dran gemacht, glücklicherweise. Also, ist jetzt nur drum rum geputzt. Ich habe es viel zu tun, Und du werde ich da, bis jetzt er und es ist, als ich Sie in der Mitte. Ich habe dich nicht aufgewacht. Ich habe mich nicht aufgewacht. Ich habe dich nicht aufgewacht. Ich halte mich aufgewacht, dass ich hier über mich. Ich werde mich nicht aufgewacht. Es ist wirklich wichtig. Ich habe dich etwas zu tun. ja muss noch 100 meter headshots machen wo ist denn dieser hässliche musenman jetzt hier ich hatte ihn schon getötet hat mit der nate oder so weil ich habe ihn da nicht rauslaufen sehen aus dem laden aber irgendwas hat ja noch mal auf mich geschossen das hört sich hier auch schon wieder wie die feinste bückveranstaltung an ein pimmel schießt nichts passiert wo sind denn alle oder dass ich den das erste mal nicht getroffen habe das ist schon unangenehm unnötig und unangenehm so 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 Wo ist denn Mr. Mosenman? Sag mal, hier ist nix, also liegt ihr alle am Exit oder bist du auf Mr. Mosenman? Wie man auch nicht hört, weil er ein Ninja ist. Soll ich das? Soll ich das? Das war's für heute. 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 Ja, aber kein PMC. Das war's für heute. Oder? Das war's für heute. Oh, one skip. Das war's für heute. Oh, okay. Oh. Oh, okay. 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 Oh. Oh, okay. 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 haben wir hier schon drinne ich glaube die tür ist immer offen mal gucken vielleicht finden wir ja noch eine cpu eine brauchen wir noch eine brauchen wir noch zigaretten brauchen wir nicht hier war gar nicht hier war noch keiner drinnen da ist rote licht bringt der hippie kürzi Sporsche, Nimi. Hmm, 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 hmm. dann habe ich einen hit an die brust gekriegt wieso habe ich nur 383 hp wenn ich voll geheilt bin was 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 stimm cms richtig machst ja nur ja 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 genau tms macht er nicht voll gerade ich will jetzt nicht schießen ich möchte dann doch gemütlich rausgehen jetzt nicht unbedingt jedem sagen dass ich rausgehen hier lohnt es sich eine armor zu reparieren der armor unter der hälfte kannst du wegschmeißen ich würde eigentlich grundsätzlich und das meine ich ernst immer eine volle armor anziehen immer eine reparierte budi dankeschön für den zweiten monat bei herr willkommen zurück also du kannst du bist zur hälfte spielen aber eine volle armor anziehen ist immer besser da geht auch noch was am exit oxydian dankeschön für 18 und die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020